König Charles legt Wert auf seine Privatsphäre, auch im Urlaub. Um unerkannt Ski zu fahren, griff er 1980 zu einer ungewöhnlichen Verkleidung. Mit falscher Nase, Schnurrbart, Brille und Hut schützte er sich vor neugierigen Blicken. Doch ausgerechnet beim offiziellen Fototermin sorgte er damit für Aufsehen. Die britischen Royals haben oft Absprachen, im Urlaub nicht gestört zu werden, aber Charles' Maskerade lenkte alle Aufmerksamkeit auf ihn. Nicht nur der König versucht manchmal, seine Identität zu verbergen. Prinz William nannte sich während seines Studiums in St. Andrews einfach Steve. Sein Bruder Harry nutzte auf Facebook den Spitznamen Spike, wie ihn Freunde nennen. Dieses Profil wurde später aus Sicherheitsgründen gelöscht. Harry und Meghan schlüpften ebenfalls in Kostüme, um unerkannt zu bleiben. In der Ellen Show erzählte Meghan von einer geheimen Halloween-Party. Gemeinsam mit Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mischten sie sich unter die Menge. Damals wusste noch niemand von ihrer Beziehung. Wir hatten einen großartigen Abend und niemand hat uns erkannt, berichtete sie lachend. Die Royals verstehen es also, dem Rampenlicht zu entfliehen, wenn sie wollen. Mit Humor und kreativen Ideen erleben sie so ungestörte Momente. Denn auch Königsfamilien genießen manchmal das einfache Leben ohne Blitzlichtgewitter.